Hallo zusammen, ich wollte mich nun mal wieder melden und auch ankündigen, dass ich diesen Sonntag um 18 Uhr wieder streamen möchte. Und zwar Black Desert Online. Da hatte ich ja vor kurzem schon mal einen spontanen Stream zu gemacht, was natürlich immer doof ist, weil man sich nicht drauf einstellen kann. Aber ich hatte einfach Bock drauf. Und seitdem haben wir da auch schon eine Gilde gegründet und ein paar Leute im Discord gesammelt und so weiter. Das heißt, dazu würde ich euch auch gerne einladen, wenn ihr Bock habt, in das Spiel mal reinzuschnuppern, dass wir das dann alle zusammen machen. Und ich erkläre dann auch ein bisschen die Grundlagen von dem Spiel und was man also machen kann und was nicht. Also ähnlich wie in dem ersten Stream, nur noch ein bisschen strukturierter und ein bisschen mehr. Und vor allem auch über die Gilde. Was man da so alles machen kann, was für Vorteile das hat und und und. Also Sonntag 18 Uhr, neuer Stream. Ansonsten, ihr habt gemerkt, das ist ein bisschen holprig gerade. Ich hätte nicht mit vier Projekten anfangen sollen, weil ich schaffe hier Projekte einfach nicht, neben der Arbeit her und allem anderen. Aber ich werde jetzt immer mal das Projekt, mal das Projekt an dem Tag einfach ausfallen lassen. Ist dann halt holprig, aber muss man gucken. Und ich denke, Shopkeep zum Beispiel dürfte eh nicht mehr allzu lange laufen und dann bleibe ich wieder bei drei Projekten pro Tag. Das ist überschaubar. Okidoki. Euch dann noch einen schönen Tag und man sieht sich eventuell Sonntag. Bye, bye.